Musik Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Club Adventures. So, warte jetzt noch den kleinen Schritt weiter. Und da, oh, da kommt sie aber angeflitzt, die kleine Ruby. So, hi Sarah. Cookie ist ein schöner Pferdename. Ja. Jetzt ernsthaft, nur weil sie die paar Meter außen steht? Oder ich muss sie vom Pferd aus ansprechen. Ah ja. Hast du schon mit Mrs. Jacobs geredet? Bei ihr kannst du schöne neue Kleidung freischalten. Nee, warum kommt sie denn nicht? Ruby. Hallo? Ruby ist kaputt. Hä? 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 Nö, ne? Ach, das ist ja jetzt doof. Da muss ich wohl. Okay. Wie ich ein bisschen weiter weg reite, kommt sie mir dann wieder hinterher? Nee. Kommt sie nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Leute, wir versuchen jetzt mal was. Ihr seid jetzt live dabei, in der Hoffnung, dass das was funktioniert, dass das was gibt. Ansonsten wäre das jetzt blöd, weil dann hätten wir nämlich jetzt womöglich einen weiteren Game-Breaking-Bug gefunden. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr mies, weil dann könnten wir nicht mehr weitermachen. Hm. Das wäre natürlich sehr doof. Okay. Okay. Sehr, sehr doof. Das gibt's doch nicht. Ja, drücken wir jetzt mal, ähm, sämtliche verfügbare Daumen, aber jeder nur einen, zwei Daumen drücken und bringt Pech. Ähm. Okay, Ruby kommt uns jetzt auf jeden Fall wieder hinterher. Jetzt ist zwar Cookie aus Geisterhand, von Geisterhand, warum auch immer, nicht mehr geputzt, aber das soll mir jetzt erstmal sowas von egal sein. Hauptsache, Ruby kommt jetzt mit. Ähm. Hauptsache, Ruby kommt jetzt mit und die Quest funktioniert wieder. Das ist jetzt gerade, alles andere ist mir wurscht. Dann, dann muss ich halt nochmal putzen, das ist ja kein Problem. Das werden wir sowieso noch das eine oder andere Mal in diesem Spiel machen müssen. So. Oh Leute, es kommt gerade so ein ganz leichtes Lüftchen hier. Neue Wetterwarnung. Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit, was haben wir hier? Die Nina Warn-App. Habt ihr die auch drauf? Mit extrem heftigem Starke Regen und Hagel. Für Siegen. Ja, heftig. Warnstufe extremes Unwetter. Eben war nur die Warnstufe vor Unwetter und jetzt haben wir die Warnstufe vor extremem Unwetter. Okay, ich bin mal gespannt, was mich hier oder was uns hier heute im Raum Siegen noch erwartet. Wie gesagt, ich finde es ja spannend. Also, ich hätte mir damals auch mal vorstellen können, da ist die Tür zu, weil ich keinen Türstopper habe. Ich hätte mir früher auch immer vorstellen können, ein Meteorologe zu werden. Wäre für mich auch spannend gewesen. So, jetzt müsste es aber da sein, oder? Ich habe Ruby zu Sarah gebracht. Und Sarah ist auch da. Und jetzt bugt es komplett, weil jetzt denkt das Spiel nicht mal mehr, dass ich auf Cookie sitze. Also, es ist ja ein Bugfix gekommen. Aber scheinbar fixt der nicht diesen Bug. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr blöd. Weil wir können jetzt in der Theorie auch nichts anderes mehr machen, weil wir ja jetzt an der Stelle auch festhängen, wo wir Ruby übernehmen bei der Reithalle. Das ist natürlich jetzt doof. Diejenigen, die mir geschrieben hatten, dass es einen Game-Breaking-Bug gibt, dass es an der Stelle nicht mehr weitergeht. Ist das diese Stelle? Oder hat es jetzt noch wieder irgendein neues Problem gegeben? Das ist natürlich bitter, denn solange das hier nicht funktioniert an der Stelle, können wir nicht weiterspielen. Solange wäre das Let's Play, müsste dann pausieren. Das wäre natürlich sehr, sehr blöd. Also, ich wüsste zwar, was ich stattdessen bringen wollen würde, aber trotzdem wäre das ja sehr, sehr blöd. Ich kann ja auch kein Rennen machen, weil mir ja eigentlich Ruby folgt, was sie ja jetzt nicht mehr tut. Wie gesagt, das Spiel sagt mir ja jetzt sogar, dass ich auf Cookie aufsteigen soll. Obwohl ich ja auf Cookies Rücken sitze. Also, dass ich aufgesessen bin wieder, hat das Spiel auch nicht mehr registriert. Ja, das ist jetzt natürlich sehr doof. Aber ich kann ja auch mit Ruby nichts mehr machen. Sehr mysteriös. Ich kann keine Rennen mehr machen. Ich kann nichts mit Ruby machen. Was sagt das Questlog an der Stelle? Sarah wollte dich heute Morgen wieder in Lakeside treffen, ist aber nicht hier. Vielleicht wartet sie bei einem bestimmten Treffpunkt auf dich. Hannah weiß bestimmt mehr. Sie erzählt dir, dass du Sarah auf der Lichtung von gestern treffen und Ruby, Hannahs Hund, mitbringen sollst. Ja, bringen Ruby zu Sarah. An der Stelle hängen wir gerade, weil dieser Punkt einfach nicht abgeschlossen wird. Und da gäbe es theoretisch gesehen einen Reithelm als Belohnung. Ja. Neben Missionen können wir auch nicht machen. Post in der Flasche. Ja, doch, die könnten wir eventuell machen. Die könnten wir eventuell machen. Da müssten wir ganz da unten hin. Aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht so viel bringen. Warum funktioniert das nicht? Das ist doch jetzt sehr, sehr blöd. Ne, Leute, dann würde ich nämlich sagen, dann würde ich mich an dieser Stelle für heute erstmal von euch verabschieden. Gucke mal, ob ich da irgendwas rausfinde in der Zwischenzeit. Ob ich an dieser Stelle hier vielleicht erstmal pausieren muss aus spieltechnischen Gründen. Ich hoffe nicht. Bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass jetzt die Folge noch kürzer ist als normal. Aber macht ja jetzt an der Stelle keinen Sinn. Von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es weiter geht, dann morgen. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.